und damit mit mir im terminus haben alle browser genommen und dann waren sie zu doof ich kann nicht auf x drücken ich mag das nicht wenn ich Pilze bekomme dann fühle ich mich so hilfe ich bin Bananen ziemlich lustig weil die erinnern mich immer an menschlichen Schlechtsteile ja und von Weibchen so ne Banane? was ist das für ne Banane? hat der so ein musiges Arschloch so übelst weich bis schlappt so runter warte wie schlappt ein Arschloch bitte runter wenn wir aufhören über Arschlöcher zu dehnen du hast eingefallen ich hab immer mal nachgedehnt über Arschlöcher ja aber du weißt doch dass die Assoziation dann ziemlich nah ist das hab ich auch nicht gesagt dass sie mir hinter... chill ja ja ich muss mal überraten oh ja ja crazy 8 fucking fuck crazy 8 was wolltest du sagen? crazy 8 und niemand ist um aufkriegt dass 30.000 Eintels herkommen nein ich hab nicht richtig Spaß tschüss schon ja gerne ich hab einen Stern und dir hast du eigentlich gern ich spiel Spaß und Überraschung alle zeiten schiebe überlebt und der Schweizer jetzt abgeschossen wird und der Pac AAUUUUUUUU wir sind hier vorne eigentlich nur comms mit mir die Koal in Eines Bauern Wunten du scheiss Schweizer HELL der ist ein bekackter Schweizer ja halt dich am Skript okay so was weiß ich auch von Bildschirm vor allem der Aufwand der Spanzen ich habe ja auch schon das habe ich gern gemacht im Kreis an der Blaue der Auslösung wir müssen glauben dass die Schuhe Das war eine Schwule, ein Tuch. Okay, aber... Doch, für eine Sekunde. Nein, da war ein Link und ein Poilett. Achtung! Oh! Das ist schon wieder so ein hässlicher Hunti. Nein! 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 Okay. Wo? Was? Seitdem ihr heute alle keine Gefahr. Vor Hunti. Vor dir. Ist ja jeder glücklich. Hunti ist vor Pekko. Es ist jeder glücklich. Ja, Hunti ist bestimmt grad ziemlich glücklich. Ich mein zu lange vor Pekko. Ich hab kein Wort mehr. Pekko ist immerhin nicht letzter. Noch! Hat der Blitz denn mindestens was von mir geholfen? Hast du ein Blitz? Ja. Ich würd dann sagen, dann nicht. Aber der Blaue hat einen Unterschied gemacht von mir. Max, du musst machen wir eine... Ein Bündnis gegen Frankreich. Gegen Frankreich bin ich immer zu haben. Okay, Pekko, du darfst nicht mal spielen. Okay, auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Schi, darf ich irgendwas? Tumnus, ich seh dich! Tumnus, ich will in dich! Ja, ich weiß. Deswegen hab ich auch mal Bananen an meinem Arschloch. Übrigens, Schi sie nach hinten. Bisher hab ich nur zwei Mänder und ich. Das ist okay für mich. Wie viele Rote habt ihr denn? Äh, zwei. Die kann eine Rote. Der hat die. Schi, ist das dein fucking Rote? Du Horenkent! Du benutzt jetzt Röte. Auf dem sechsten oder so. Ja, was soll ich denn damit sonst machen? Den nicht benutzen? Weiß ich nicht den Blauen, der jetzt kommt abwehren. Ah! Ah! Den hab ich gesehen. Der kam von hier. Die hinter uns glitzert wär. Ich hab schon gesehen, aber ich wollte jetzt nicht so lang warten, weil der hat noch so wenig gebraucht und du hast dann schon gebremst. Schi, lass mich mal vor. Ja, damit du auch verdammt kommst. Ja! Ich mach das auch mal krass. Oh Gott sei Dank. Oh, wo ist denn sie? Hier. Weeeee! Ah! Wo bist denn du lang gefahren? Er schieß mir nach hinten! Oh mein Güte! Oh Gott, ich seh überhaupt nichts. Wenn ich nicht so dumm wär, dann wär das Leben halt so schwer! Schwer, schwer! Ah, das ist ne Banane! Und ne Banane? Nein, das ist ne Banane! Wo rein? Wer hat da so viele Brote? Ja, ich so Brote. Kann ich dich vorlassen, so wollen wir Freunde sein. Puh! Wir wollen dir keine Freundschaft geben. Wir wollen dir keine Freundschaft geben. Warum, hä? Ich weiß auch nicht, warum Hund hier stehen geblieben ist. Nein! Die Verbindung wurde unterbrochen, was? Und die waren bis dahin stehen geblieben! Ja, und sie waren bis dahin stehen geblieben! Und die bist nicht stehen geblieben! Ich stehe die ganze Zeit. Ich stehe meinen Weg zum Ziel! Boopeko! Ist das ein neues Pokémon? Boopeko! 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 Das liegt an dir! Du bist da und es sind nur Probleme hier! Das liegt an dem Multiplayer! So, Terminas! Da kommt der Blaue! Fick, fick! Dankeschön! Ach, und da ist ja noch ein Stern, dass mein Pilz nicht mehr drin ist! Und drei Pilze! Nein, das war ein Stern! Deine Schuld! Deine Schuld! Bunti ist schuld! Bunti ist schuld! Bunti ist schuld! Fals hab ich die Folge vereinbart! Ey, das war nicht der letzte Röhre! Das war nicht der letzte Röhre! Das war nicht der letzte Röhre! Das war nicht der letzte Digga! Äh, ihm zwei! Inshallah! 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 Da muss Kappas Schuld sein, er ist nicht hier! Inshallah! Inshallah! Du bist da! Na ja, du hast ja zu viel Sandic gespielt. Nein, bitte nicht. Es ist auch nicht cool hier, in jeder Folge rauszufliegen. Ich auch schon. Ist dein Hügel. Na. Wenn du nicht da bist, habe ich die Probleme nicht, es ist dein Hügel. Na ja. Verlass jetzt. Umgeht mein Haus. Fahr nach Hause. Ohne Autoschlüssel. Oha. Dann schließt du wieder Ties Wagenkurs. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist ... Drei ... zwei, jetzt. Reicht um ein paar Kilometer zur Autobahn zu kommen. Aber scheitern kann man so schlafen. Äh. Tschüss, tschüss. Den blauen für dich, Schweizer. Ey, der sollte auf den Schweizer gehen. Ja, der ist ein sehr blauer, ich seh ihn nur so blau. Und die ist heute so politisch. Ich meine zu rot. What? Ach Mensch, stellt mich halt nicht hin. Die Banane war bei mir unsichtbar. Oh Gott, das ist eine dicke Nase auf meinem Gleiter. Es hasst dich wahrscheinlich auch. Boah, weißt du... Oh, oh, da bin ich nicht mehr. Oh neee! Easy. Nein. Ups. Ah, Thomas! Oh! Scheiß, Schweizer hat meine frische Ruhe. Ah, fuck! Ich wollte trotzdem weg. Nein. So fröhlich und fett. Und fröhlich und fett. Moment, seid ihr wirklich stehen geblieben? Ich bin da hinten gefahren sogar. Heco fährt noch. Ich würde ganz dank sein, dass ihr auf dem Schweizer wo nur zwei stehen geblieben sind. Äh. Scheiß, Schweizer. Ja. Ey, danke Schweizer. Ja, bitte. Darf ich Pecco schlagen? Ja. Ja, das ist ne... Oh, 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 oh! Würselein! Das reicht Schweizer. Nämlich du hast was gegen Käseland gesagt. Ja, das war nämlich nicht ich. Nee. Das war nicht genauso. Tschüss, Chi, das war ich nicht. Das war ich. Das war ich. Oh! Ja, da kommt der blaue. Fuck! Fuck! Geil, erster. Warum geht der auf mich? Ach, Faker! Es ist dumm! Dreckswort! Ich hasse euch! Ich war vierter. Ich war vierter und der geht auf mich. Ich dachte, das war Hunti, aber Chi ist viel lustiger. Du meine kleine Bitch! Okay, nee. Da hat man richtig was von. Hunti, du machst das nächste Rennen nicht mit. Ich hab keinen Bock mehr. Wow! Was hast du gemacht? Nein, Hunti! Jetzt gehst du da ganz rápido zurück. Ja, echt. Das war die scheisse Huch und Toad, Seth. Ich bin zu cool dafür. Du bist zu school for cool. Das ist echt so witzig. Nein. Nein. Absolut gar nicht. Schon mir gefällt's, weißt du was? Das war mein einziges Kuklikum. Also war's gut. Ha, das riecht lustig. Ich hasse ihn. Mama! Alter ist auch geil wie er seine Beine, wenn man Bowser von vorne ist in dem Auto, dann drückt er sein Bein nicht so geil zusammen, dass er schön das Lenkrad im Schritt hat. Das ist eine Hure, die dreckig ist. Für alle Zuschauer, die das nicht wissen. Ich muss auf Toilette. Dann geh auf Toilette, falls du ihn wieder traust. Bojo! Bojo! Spielen wir nachher alle Kirby? Nein! Welches? 64? Ja! Geil! Kirby 12. Ich nehm das Feuer heute in den Schlechtesstern. Ich will die Bogen schieben! Ich will der Kühlschrank sein! Geil! Ich bin der Schneemann. Du bist der Ring, der die Knechte. Ich bin nicht mehr Knecht, ich glaub der ist krank. Ich will die Besten mehr Wildschrank geben, voll gut verdient. Das war nicht Chi. Das war der andere Chi. Was war der andere Chi? Nix, nix. Ups. Chi? Fick dich. Okay. Chi? Er hat mich nicht getroffen. Aber irgendwen hinter dir. Der Schnee, mir jammert wahrscheinlich den Fetten da. Eieieieiei! Eieieiei! 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 Los, der Rot, ist am hier vorbei gefahren. Wer ist mein Teampartner!? Nee! Die fährt nicht an mir vorbei! Aaaaaah! Mei Maria! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! A-B-C-D-E-F-G Maria tut mir ziemlich weh. Au! Feuerwoll! Keine Sorge, Hundi, wenn ein Blauer kommt, dröte ich den weg, wir sind jetzt nicht hier. Ähm, da war ein Geist, ich kann den nicht mehr wegtröten und da kommt ein Blauer. Und die liegen frühbremsen, sonst... Die ist voll schmick. Weißt du, du bist... Ja, was? Mann, das ist super. Ihr Geist hat mir die Dröte weggenommen. Ausreden, ausreden. Weißt du was, Hundi? In deiner Schweiz, die Schokolade, die schmeckt nur ziemlich gut. Die schmeckt nur ziemlich bitter. Jetzt bin ich in den Tod gesprungen. Das hat doch nicht gesagt. Jetzt bin ich so ins Wort. Okay, tschüss. Wieso ist er schon wieder raus? Hä, warum ist Hundi stehen geblieben? Höfensprungen? Äh, äh, äh? Banane, Banane. Bim, bim, bim. LOL! Ich hab echt beide NPCs jetzt erwischt. Nein, das war ich. Okay. Das glaub ich dir nicht. War auch sowieso das letzte Rennen, oder? Nee, ich hab 55 Punkte. Ja, ich bin auf Treppchen. Machen wir noch einen, dann haben wir für die nächste Woche gleich auch noch was. Ja, gut, ja. Ja, ja. Nein. Doch! Nein! Stuh! Achso, äh, tschüss! Bim, 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 bim. ARD Text im Auftrag des Interviews Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Bis zum nächsten Mal.